Hallo, Spanien, weil ich da mal in Urlaub war, wunderschön gegessen habe und wenn ich mich recht entsinne, dort auch meine Hochzeitsreise stattgefunden hat. Ja genau, ich glaube das war so, das war Spanien und Portugal, aber hauptsächlich Spanien. Zeitung, weil es das einzige ist, wozu ich noch dazu komme, das zu lesen und das am Sonntag, Buch schaffe ich einfach nicht mehr, nur im Urlaub eventuell. Also eigentlich kein Zornbein, das ist mir alles zu weit weg, aber wenn, dann eventuell ist Sydney. Vielleicht mal irgendwo nach Thailand, ja, aber ich sag mal so, konkrete Wünsche, Pläne, habe ich da nicht. Gut, das ist schwer. Früher Formel 1, jetzt würde ich sagen Fußball, aber eigentlich ist beides für mich relativ uninteressant geworden. Was ist dein lieber Obstsalat? Weil ich wenigstens da das Gefühl habe, mich ein bisschen gesünder ernähren zu können, als einen Schokopudding zu essen. Ja. Na, da wäre ich ganz klar vor Motorrad, weil ich fahre selber Motorrad und ja, genieße das einfach ein Stück von Freiheit, Geschwindigkeit, ja, wenn das Wetter passt, das ist schon ein schönes Gefühl. Dankeschön, gleichfalls. Tschö.